Viele von uns machen wirklich viel Sport, gehen heraus, joggen da, vielleicht sogar Berge hoch oder wir gehen ins Fitnesscenter und stemmen dort, dann handeln Gewichte, um uns irgendwie fit zu machen, um stark zu werden, vielleicht sogar weit über das hinaus, was wir tatsächlich so in unserem Alltag heutzutage bräuchten in dieser zivilisierten Welt. Gleichzeitig kontrollieren wir das, was wir essen, unseren Konsum. Wir versuchen vieles einzuschränken, zum Beispiel die Zufuhr von Zucker, von Fett oder von Genussmitteln, wie Alkohol oder Tabak oder Ähnlichem. In vielerlei Hinsicht sind viele von uns ganz schön asketisch geworden. Einige unserer Vorfahren wären ganz schön stolz auf das, was wir so vollbringen in dieser Hinsicht. Das ist ja auch eine beeindruckende Sache, sowohl was wir dann selbst bei uns verspüren, diese eigene Art von Macht, von Selbstbestimmung, von Autonomie über die eigene Person, aber auch bei anderen, wenn wir denen begegnen, die einfach sehr viel Sport treiben oder sehr viel Meditation betreiben, diese Klarheit oder Einfachheit in den Gedanken, die sie zumindest irgendwie ausstrahlen, das ist etwas, das schon Respekt abbringt. Die Philosophen haben natürlich auch sehr viel Askese betrieben und sich sehr viel mit Askese beschäftigt. Fünf typische Formen von Askese haben sich eigentlich in der europäischen Geistesgeschichte so herausgearbeitet, herausgeformt. Die möchte ich auch kurz vorstellen, plus dann ist jeweils größte Probleme, dass diese Typen haben. Die fünf Typen sind der Erleuchtete, der Pragmatiker, der Enkratit, der Selbstoptimierer und der Kirtist. Die werde ich jetzt gleich vorstellen, also viel Spaß dabei. Was heißt eigentlich Askese? Gibt es da irgendwie eine verbindliche Definition oder ist das für jeden halt das, was er so meint, dass es bedeuten könnte? Eine Definition passt auf jeden Fall ganz gut, die auch mit dem Wort und der Begriffsgeschichte in der Philosophie ganz gut korrespondiert. Eine Definition, die zwei Seiten hat. Auf der einen Seite sich enthalten von Genuss, aber das dann schon auch als eine generelle Handlungsdisposition. Nicht als etwas Zufälliges, sondern etwas, das schon Gewohnheit geworden ist durch Übung. Und das Ganze natürlich dann in signifikantem Ausmaß. Und die andere Seite ist das Training, das Üben. Schon das Wort Askese kommt eigentlich aus dem altgriechischen Askäen. Das heißt Üben im Sinne von etwas Ausüben auch. Also eine Technik, ein Handwerk, einen Beruf ausüben. Oder aber auch einfach Üben im Sinne von Trainieren. Also das nochmal zusammengefasst. Auf der einen Seite Askese als sich enthalten von Dingen, die einem einen Genuss bereiten würden. Auf der anderen Seite auch so etwas wie sich fast Schmerz antun, sich auch Schmerz antun können. Sportler kennen das aus ihrem Bereich der Progressive Overload. Also sich mit etwas zu überfrachten, auch an Gewicht zu überfrachten, das man eigentlich schon fast gar nicht mehr stemmen kann. Um dann eben eine Art Superkompensation in den Muskeln zu erwirken. Das bedeutet, dass sie eine Anregung dafür haben, einen Reiz haben überhaupt zu wachsen. Die erste Form der Askese, die ich betrachten möchte oder euch zeigen möchte, ist die des Erleuchteten. Der Erleuchtete, das heißt diese spirituelle Form von Askese, die nach einer Art von Erkenntnis sucht, die nicht in dieser Welt beheimatet ist. Da geht es auch um eine Abkehr des eigenen Bewusstseins und auch der eigenen Seele von diesem Hier und Jetzt, von der normalen Umgebung, von den Banden des Alltags, von den Reizen auch des Alltags und der normalen, natürlichen Umwelt. Der Erleuchtete oder eben nach Erleuchtung suchende ist nicht zufrieden mit der Erkenntnis, die er hier gewinnen kann in dieser Umgebung. Auch nicht zufrieden mit dem Leben, das er hier führen kann, ohne einen Bezug zu einer göttlichen, transzendenten Instanz. Und dieser Bezug, der will ausgearbeitet werden, der will gelebt werden. Da sucht sich eine Praxis, eine asketische Praxis, wo es darum geht, sich von den Lüsten und Genüssen, den Ablenkungen auch zu distanzieren, die dieses Leben bietet. Und sich eher hinzuwenden zu etwas, das mehr verspricht. Sich teilweise über längere Zeit der Nahrung zu enthalten, auch der Flüssigkeit zu enthalten, sich sehr, sehr stark auf transzendenten Dinge zu konzentrieren. Das sind auch Versuche, eine Art von Erkenntnis zu gewinnen, die diese Welt, dieses Leben offenbar nicht von sich aus einfach so zu bieten hat. Worauf bezieht sich die Erkenntnissuche des Erleuchteten oder des nach Erleuchtung Strebenden? Vor allem nicht auf Naturerkenntnis, so wie wir das kennen. Das ist auch eine Abkehr von solchen Beobachtungen der tatsächlichen Umgebung, der Regelhaftigkeit in der Natur oder den instrumentellen Gebrauch von bestimmten Gegenständen. Das ist eine Art von Erkenntnis, die da gesucht wird, eine Hoffnung auch auf eine bestimmte Art von Erkenntnis, die einen selbst nochmal komplett transformieren wird, im allerbesten Fall. Die den eigenen Blick nochmal verwandeln wird, die das ganze Welterleben nochmal verwandeln wird. Sie ist nicht nur ein Beweis dafür, dass man irgendwie dazugehört, dass Gott einen auch gerne hat, dass man Teil ist einer transzendenten spirituellen Sphäre. Und auch nicht nur ein Zeichen dafür, dass man besser ist als alle anderen. Das mag sicherlich bei vielen Leuten auch eine Rolle spielen, aber es ist auch die große Hoffnung eben darauf, dass es noch etwas ganz, ganz anderes gibt als das, was man bisher erfahren hat. Etwas, das alles in den Schatten stellt. Eine ganz, ganz unglaublich fantastische, gewaltige Angelegenheit, die einen zu etwas anderen machen wird. Diese Hoffnung spielt doch in allen Erleuchtungsideologien eine sehr zentrale Rolle. Man kennt es natürlich aus dem Mönchskontext. Nicht nur bei uns jetzt in Europa, sondern an der ganzen Welt, an vielen, vielen Orten ist Askese in, vor allem auch in so einem religiösen, spirituellen Kontext betrieben worden. Nicht oft von den Massen, sondern hauptsächlich dann schon sehr elitär von einigen bestimmten Leuten, die sich eben solchen Orden anschließen, ihren Regeln anschließen. Oder solche Orden auch erst gründen, so wie Benedikt von Nursia das gemacht hat, der so die Mönchskultur in Europa etabliert hat. Und dort hält man sich da an bestimmte Speisegebote. Man folgt diesen Riten, den Exerzitien. Man fügt sich einer kleinen Gemeinschaft und lebt auch sehr in Stille und in Abkehr von vielen Dingen, die einen irgendwie ablenken könnten. Und eine andere Form von Erkenntnis, auf die man da hofft, ist die einer Antwort. Nicht, dass man jetzt da direkt unbedingt ein paar Worte gesagt bekommt, aber es können natürlich Bilder, Visionen, es können Epiphanien sein, es können Vorgeschmack auf das Göttliche, auf das Jenseitige sein. Aber es kann eben auch sein, dass sich da so eine Art von Dialogverhältnis herausbildet, so wie Martin Buber sich das vorgestellt hat, dass da eine Art von Gespräch zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen stattfindet und dass erst das eigentlich wirklich dann Religion sei. Man kennt das in Europa von dem, vor allem von Neuplatonismus, zum Beispiel bei Plotin, auch da ist die Hoffnung auf die geistige und intellektuelle Rückkehr zu der Ursprungssphäre, aus der man eigentlich kommt, zu der man eigentlich gehört, doch sehr groß. Man will wieder Anteil haben an der ursprünglichen Sphäre, aus der man quellend herausgekommen ist, die einen aber auch zerstreut hat in die Vielheit. Man will wieder zurück zu seiner Ureinheit. Man will zumindest so eine Art von Vorgeschmack auf ein Sein, von dem man meint, dass man es verloren hat und zu dem man dann auch wieder zurück möchte. Und etwas, das in diesen Bereich der Askese, des Erleuchteten oder nach Erleuchtungssuche eben auch hineingehört ist, sicherlich nicht nur eine Erkenntnissuche, sondern auch eine moralische Auf- und Abwertung, eine moralische Dichotomie zwischen einem sehr, sehr hohen Punkt, zu dem man auch mithilfe der Askese eben hingelangen möchte und eben der Normalität, die doch sehr, sehr stark abgewertet wird. Durch Paulus und andere kommt ja diese Opposition zwischen dem Geistigen und dem Sinnlichen in das Christentum hinein. Dort ist es dann eben Fleisch auf der einen Seite und Geist auf der anderen Seite oder dieser innere böse Adam und der innere gute Jesus Christus. Und zwischen diesen beiden Oppositionen gibt es natürlich eine große Spannung, die dann herrscht, wo man sich auf die eine Seite schlagen kann oder von der anderen Seite selbst geschlagen werden kann. Die sieben Todsünden oder Wurzelsünden sind nicht einfach nur Dinge, die man nicht tun sollte, sondern sie gehören eben in einem moralischen Spannungsfeld, in einen Bereich hinein, den man sich durch die Askese auch zu entziehen versucht. Oder man kennt diese sehr große, berühmte Gestalt von Antonius dem Großen, der eben nach dem Vorbild von Jesus Christus in die Wüste gegangen ist, um dort zu fasten und zu beten und wie die anderen Kirchenväter eben arm und keusch zu leben und dort dann von diesen vielen Dämonen angefochten wird. Diese Dämonen stehen für die Leiblichkeit, für die Versuchungen und Reize des Diesseits. Aber was ist jetzt eigentlich das große Problem des erleuchteten oder nach Erleuchtung suchenden Asketen? Das Problem besteht in erster Linie darin, dass sich seine Erkenntnis und Erkenntnissuche auf etwas bezieht, das real einfach gar nicht existiert. Einen personalen Gott, der ihm antworten könnte, gibt es einfach nicht. Eine spirituelle, mystisch erreichbare, transzendente Ebene oder Sphäre, das sind zwar große Einbildungen, aber eben auch nichts mehr als das. Schon Ludwig Feuerbach unter wirklich vielen anderen hat versucht zu entlarven, wie wir unsere eigenen tieferen Sehnsüchte und Wünsche in solche vagen Bereiche hinein projizieren und dort dann große Visionen oder Bilder kreieren, die wir dann anbieten können. Alle Lehren, die von unseren Neigungen begünstigt werden, sind verdächtig, sagt schon David Hume. Wir befinden uns dann in einem Gebiet, in dem es kaum Anstoß oder Anlass gibt, diese Visionen des erleuchteten Asketen irgendwie zu korrigieren. Im Unterschied zu den Wissenschaften oder auch einfach zu einem ganz normalen aufklärerischen oder aufgeklärten Kommensensdenken, wo es verschiedenste Möglichkeiten gibt, etwas zu überprüfen, zu kritisieren und in eine Art von Diskurs zu bringen, entzieht sich natürlich dieser Bereich ganz und gar jeglicher Diskussion. Das Erkenntnisfeld der Mystik, der erleuchteten Asketen ist immer eines, das kaum Methoden der Selbstkorrektur hat. Und man darf nicht vergessen, was für eine unglaubliche und große Errungenschaft es fürs Abendland war, aus einem Mittelalter herauszutreten, in dem alles für bare Münze genommen worden ist, was man sich so hat irgendwie einbilden können. Dort also Methoden der Selbst- und Fremdkorrektur, des kritischen Umgangs mit den eigenen Gedanken, den eigenen Träumen, Bedürfnissen, Wünschen, Gefühlen zu entwickeln, das ist eine Form von Askese, die in dieser Askese des Erleuchteten dann leider keinen Platz hat. Zudem spielt natürlich die Weltverneinung, die ich schon genannt und beschrieben habe, eine wichtige Rolle, auch für die persönliche Lebensentscheidung. Man wendet sich ab von dieser Welt, die einem alles bieten könnte, was man überhaupt im Leben erwarten kann, und hin zu einer Welt, die nicht wirklich real existiert. Aus diesem Grund hat Nietzsche schon recht richtig die Christen oft als die Prediger des Todes bezeichnet, weil sie eigentlich eine Abkehr von dem Hier und Jetzt, von diesem Leben in seiner Leidhaftigkeit, aber eben auch in seiner Reichhaltigkeit, in seiner Fülle propagieren. Und Arthur Schopenhauer mit seiner Askese der Weltverneinung, der Abkehr von dem Willen, zugunsten eines Einblicks in das wahre Wesen, in die primären Objektivationen des Willens, auch eine säkularisierte Form des Christentums geschaffen, die einen ganz guten Eindruck davon vermittelt, was Askese eben auch ausmacht. Die zweite typische Figuration des Asketischen in der abendländischen Tradition ist die des Pragmatikers oder des pragmatischen Asketen. Es gibt eine Form von Askese, die versucht, alle Extreme zu vermeiden, die sich also von allem fernhält, was irgendwie ein Übermaß an Genuss, ein Übermaß an Fressen oder Essen sein könnte, ein Übermaß von Trinken, ein Übermaß von irgendwie Lustfülle, ein Übermaß aber auch von Askese tatsächlich, also sich hineinzusteigern, in irgendeine Idee hineinzusteigern, auch in irgendeine Praxis, in irgendeine Gewohnheit, sich von all diesen Sachen möglichst fernzuhalten, möglichst in einer Art der Mitte, der Selbstfürsorge für sich zu verharren. Das ist so das große Ideal des pragmatischen Asketen. Ja, sich um sich selbst kümmern, gesund bleiben, möglichst alle übermäßigen Herausforderungen, die auch gesundheitsschädlich sind, vermeiden, möglichst alle Extreme vermeiden. Das ist so die Idee des pragmatischen Asketen. Man kann zwar so jemandem vorwerfen, dass das keine wirklich harte Askese ist, aber es hat auch seine Schwierigkeiten durch dieses Maßhalten. Man versucht zum Beispiel, gewisse Genüsse durchaus zuzulassen, aber hat er den Vorbehalt, dass sie nicht eigendynamisch entwickeln sollen, dass sie nicht zu einer schlechten Gewohnheit werden sollen. Und das ist durchaus gar nicht so einfach, vielleicht manchmal schwieriger, als solche Generalentscheidungen zu treffen, wie nie wieder rauchen oder nie wieder Schokolade. Das sind sehr klare, einfache Regeln, an die man sich halten kann, während eben die Praktiken des pragmatischen Asketen doch immer eine austarierende Situation, ein Verhandeln mit sich selbst, mit dem inneren Schweinehund und mit der eigenen Tugendleitfigur bedeuten. Man kann diese Form der Askese zurückführen, mindestens bis auf Platon, aber der wahre Großmeister in unseren Traditionslinien ist natürlich Aristoteles. Er hat ja die große Mesoteslehre entwickelt und Mesoteslehre, das heißt die Lehre von der Mitte, Tugendlehre vom Maßhalten. Das bedeutet, dass das Gute immer in der Mitte zwischen zwei Extremen ist und es bedeutet auch, dass man diese Extreme eben als Orientierungspunkte verwenden kann. Man weiß dann, was man nicht machen sollte und kann sich genau in der Mitte zwischen diesen beiden aufhalten und versuchen, sein eigenes Verhalten, sein gewohnheitsmäßiges Verhalten dort zu situieren. Zum Beispiel die Großzügigkeit, so sagt Aristoteles, liegt zwischen dem Extrem der Verschwendungssucht auf der einen Seite und eben dem Geiz auf der anderen Seite. Sich also nicht hingeben, dem alles an sich raffen wollen, was auch eine eigene Kraft entwickeln kann, oder eben dem sich hingeben auf der anderen Seite an der Lust des Shoppings, ja auf Amazon oder durch die Geschäfte zu wandeln und sich da irgendetwas zu kaufen und die Lust zu verspüren, die das dann generiert. Genau in der Mitte zwischen diesen beiden Extremen liegt eben die Großzügigkeit und an der sollten wir uns halten. Also da ist die Großzügigkeit eigentlich fast negativ bestimmt in zwei Richtungen und ja, wir versuchen dann als solche pragmatischen Asketen eben uns von diesen Extremen fernzuhalten. Oder aber die Tapferkeit, auch als eine solche Leere, die in der Mitte angesiedelt ist. In der Mitte dann einmal zwischen, naja, ziemlich einfach auf der einen Seite natürlich der Feigheit, auf der anderen Seite aber auch der Tollkühnheit, so wird es ins Deutsche übersetzt. Also dass wir natürlich als Krieger direkt in die Reihen des Feindes hinein rennen und uns dort erschießen lassen, ist nicht nur dumm, es ist auch sehr extrem. Und auf der anderen Seite dann in Feigheit vor diesem Feind wegzurennen, wäre auch eine Untugend gewesen. Auch die Freundschaft im Übrigen ist ja bei Aristoteles eine Tugend, interessanterweise. Und daher auch als eine Mitte festgelegt und zwar zwischen dem einen Extrem der inneren Selbstverhärtung und Abgrenzung oder aber auf der anderen Seite der Liebesdienerei, dem sich Anbiedern an die anderen Menschen oder der berechneten Schmeichelei. Also zu versuchen, die anderen so zu beeinflussen, dass sie dann für einen selbst irgendwie etwas tun würden. Diese Askese, die in der Mitte immer angesiedelt ist, ist eine, die natürlich die Gesundheit vor allem hoch hält. Es ist auch eine Art von Askese, die vor allem im Bürgertum des 19. Jahrhunderts ihren Platz gefunden hat, welches dann seine Gewohnheiten zu uns auch weitergetragen hat. Die Bürger und Bürgerinnen waren doch sehr darauf bedacht, dass sie sich eben nicht irgendwelchen Extremen anheingeben, so wie das die Romantiker noch getan haben, sondern ganz im Gegenteil eben versuchen, in so einer gesunden Mitte zu bleiben, für sich selbst zu sorgen, für die anderen in der näheren Umgebung zu sorgen und dafür, dass man es gut hat, dass man gesund bleibt, dass man in keiner Weise irgendeine Art von Extrem vertritt. Extreme sind immer ungesund, Extreme führen immer irgendwie zu Krankheiten, Extreme sind immer pathogen. Und man sagt auch, dass die Mönchsregeln von Benedikt von Nursia, wie sie da entwickelt worden sind und dann prägend werden für das ganze Mönchsleben in Europa im Mittelalter, dass die deshalb so großen Zulauf gefunden haben, weil sie einigermaßen milde waren. Er selbst hatte zwar ein sehr strenges Leben geführt, aber diese Regeln waren dennoch so konzipiert, dass sie für viele Leute ein erträgliches, sozusagen milde, asketisches Leben bedeutet haben. Und das war vor allem für die große Menge an Leute sehr viel attraktiver, als es eine ultra harte Disziplin gewesen wäre. Was ist aber das große Problem, das diese pragmatische Form von Askese eigentlich hat? Naja, das Problem ist ganz einfach. Es liegt darin, dass es halt ziemlich spießig ist. Und das ist nicht einfach nur ein billiger Vorwurf, sondern es bedeutet auch, dass es eine Art von Haltung kultiviert, die letztlich von Angst vor den Extremen geprägt ist. Extreme sind aber in vielerlei Hinsicht auch wichtig für uns. Natürlich können wir nicht in einem ständigen Blitzgewitter von Extremen existieren. Das wäre sehr, sehr furchtbar für uns und würde uns sehr überfordern. Aber für uns ist es doch wichtig, dass wir uns immer wieder extremen Herausforderungen stellen. Alle Situationen, die uns herausfordern, die etwas Wachstum, wie es heutzutage immer so heißt, von uns erfordern und auch dazu erst anregen, sind natürlich solche Situationen, die sehr, sehr unangenehm sind und die für unser Set an Fähigkeiten immer irgendwie extrem wirken. Auch große Lebensintensität ist in dieser Welt von Mittelmaß natürlich nicht zu finden. Dort findet sich immer ein ängstliches sich darum bemühen, dass man möglichst nicht herausgerüttet wird aus dem, worauf man sich eben eingefahren hat. Große Intensitäten sind allerdings ihrer Natur, ihrem Wesen nach sozusagen nur an extremen Orten zugänglich. Und große, wirklich große Leistungen fordern auch immer ein extremes Maß an Engagement, ein ungesundes Maß an Engagement. Mit einer, ja, um die Selbstfürsorge bemühten Form des Asketischen, des Zurückhaltenden, des ruhigen Lebens wird man zwar alles Mögliche vielleicht auch für lange Zeit betreiben können, aber man wird sich selten leidenschaftlich in etwas hineinstürzen, das einen dann einnimmt. Man wird selten für eine Zeit lang zumindest wirklich gefangen genommen werden von etwas. Und man hat auch große Schwierigkeiten, dann etwas zu erschaffen, das wirklich, wirklich von Wert und außergewöhnlich ist. Das also ist das große Problem des pragmatischen Asketen. Die dritte Form des Asketen im Abendland ist der Enkratit. Das ist benannt nach einer asketischen Strömung in der alten Kirche, das heißt zu etwa im dritten Jahrhundert nach Christus. Enkratiten, das heißt die sich Beherrschenden. Und darum geht es auch im Zentrum dieser Auffassung von Askese. Es geht nicht darum, irgendwelche metaphysischen Ziele zu erreichen, Erkenntnisse zu gewinnen oder heilige Epiphanine geschenkt zu bekommen, sondern es geht eben darum, möglichst viel Macht über sich zu erwirtschaften auf diese Art und Weise. Schornitsch hat ja gesprochen von der Askese als eben einer Gymnastik des Willens. Da geht es darum, die Willenskraft, die Stärke, die innere Autonomie zu festigen, die Möglichkeit, sich selbst Befehle zu geben und nicht untergebener der eigenen Bedürfnisse, Wünsche usw. zu sein. Innere Stärke ist da eine zentrale Idee, dass wir dazu neigen, zu schwach zu werden, in uns, dass wir uns nicht selbst beherrschen können, dass es Kräfte in unserer Seele oder in unserer Umgebung gibt, die uns eigentlich dorthin führen, wo sie wollen und dass wir nicht selbst diejenigen sind, die über uns bestimmen. Und dieser Fremdbestimmung, selbst wenn diese Fremdbestimmung sozusagen im eigenen Inneren zu verorten ist, dieser Fremdbestimmung den Kampf anzusagen und zu versuchen, dort eine innere Stärke zu etablieren, zu versuchen, sich unabhängig davon zu machen und eine eigene Autonomie zu erkämpfen. Das eben ist das Ziel und der Gehalt der enkratitischen Askese. Die Enkratiten sind also immer richtige Freiheitskämpfer, könnte man sagen. Kämpfer für eine innere Freiheit, eine Macht über die eigene Person. Und natürlich mit der Voraussetzung, mit der Prämisse, dass man diese Macht nicht einfach von sich aus hat, sondern dass man sie verlieren kann oder vielleicht von Natur aus nicht erst gewonnen hat, sondern dass man sie erst in so einer Art inneren Kampf für sich gewinnen muss. Auch diese Idee der enkratiten Askese geht natürlich sehr weit zurück in der Geschichte. Man kann zum Beispiel zu den Königern schauen. Und auch die hatten schon die Askese als eine reine Form der Willensstärkung, der Kräftigung des eigenen Willens verstanden, ohne die Abwertung dann des Sinnlichen, des Körperlichen. Es geht nur darum, in emphatischer Weise eben stark zu werden. Und zu diesem Zweck haben sie auch viele körperliche, harte Übungen durchgeführt. Überhaupt ist die Sphäre der körperlichen Übungen diejenige, die den Enkratiten am meisten zuzuordnen ist. Dazu gehört jetzt nicht nur das Trainieren eben, also dieser athletische Aspekt, sondern es gehört auch dazu, Schmerzen aushalten und widrige Umstände aushalten können. Schon Sokrates hat man eine hohe Enkrate ja zugesprochen. Er soll also starken Frost und auch große Hitze ausgehalten haben. Und er soll sich diesen widrigen Umständen auch mit Absicht ausgesetzt haben, um eben irgendwie so eine Art von innerer Stärke zu trainieren. Überhaupt waren die Griechen natürlich die Kultur der Athletik schlechthin. Allein schon das Gymnasium, das dann später zu dieser humanistischen Bildungsstätte wurde, war ja früh eigentlich der Ort, wo die adeligen Griechen am Vormittag hingegangen sind, um dann dort ihre Übungen, ihr Training zu absolvieren. Und das war ein Athletiktraining, das nicht unbedingt darauf ausgerichtet war, dann im Kampf zu bestehen, sondern eher in den Wettkämpfen untereinander besser zu sein, als die anderen Anerkennung von den anderen zu bekommen. Eher war es so, dass dann bei spirituellen oder religiösen Festivitäten, wo dann viele Griechen zusammengekommen sind, auch noch zusätzlich diese Spiele gemacht worden sind, die dann eigentlich als eine Art Huldigung für die Götter dienen sollten, wie eben zum Beispiel bei diesen Olympischen Spielen, die wir heute dann in anderer Form auch noch haben. Und so sehr, sehr starke, extreme Formen von den kratitischen Askese findet man überall auf dem Globus. Man kann da zum Beispiel denken an verschiedene hinduistische Traditionen von Asketen, die in die Wüste hinausgehen, sich einfach der prallen Sonne aussetzen und dann Feuer um sich herum anmachen, um einfach möglichst viel Hitze um sich so schwierig wie möglich zu machen. Oder man hat die Fakire vor Augen, die dann auch in der Öffentlichkeit Übungen ausführen, die eben zeigen, wie unabhängig sie von körperlichen Leid, von körperlichen Schmerzen sind. Aber auch der Jainismus ist bekannt als eine wirklich von sehr heftiger Askese geprägte Religion oder man denke an die irischen Mönche, auch dort sehr, sehr brutal. Und im christlichen Kontext kennt man über die Geschichte des Mittelalters hinweg diese Praxis der Selbstkasteiung, auch die Laienbewegung der Flaggelanten, also Leute, die sich dann die öffentlichen Umzüge machen und sich dabei dann eben auspeitschen, ist recht berühmt geworden, vielleicht etwas berühmter, als es hier zusteht. Eine Bewegung, die dann auch sich schnell wieder verlaufen hat und gelegentlich mal wieder aufgeflammt ist. Nichts, was von der Kirche offiziell das gegangen worden ist, die dem Ganzen wohl eher skeptisch gegenüber stand, aber die dem dann eben ein paar Priester noch anbeigestellt hatten, um das ganz in die übliche Ordnung zu überführen. Ja, aber es ist eine Sache, die bis zum heutigen Tage eigentlich anhält. Jetzt zum Beispiel, wenn man in diese Lebenskunstbücher von Wilhelm Schmid schaut, die ja recht populär sind, auch dort wird die Askese als ein reines Training des eigenen Willens durchaus stark gemacht. Was aber ist denn das große Problem des entkratierten Asketen? Diese formende Askese, die die eigene Willenskraft ins Zentrum stellt, hat als eine Methode und als ein Zeichen ihres Erfolges immer das Leiden. Wer viel Leid ertragen kann, der ist offensichtlich stark. Dummerweise kann dieses Leiden eben eine Eigendynamik entwickeln und statt ein Zeichen und einer Methode wird sie dann stellvertretend für die Sache selbst, das heißt für die Willensstärke, die man damit erringen wollte. Man wird dann sozusagen masochistisch, man bekommt die Lust an dem eigenen Leiden als stellvertretend für die Lust an der eigenen Stärke zu spüren und statt dass man dann immer stärker wird, wie es eigentlich scheint, wird man eigentlich immer schwächer, weil man ein Opfer dieses Fetisches geworden ist. Klingt ziemlich verrückt, aber die menschliche Psyche ist eben so gestrickt und manchmal passieren solche Dinge. Wie unter anderem Georg Simmel schon gesagt hat, wird dann Leid mit der Zeit einfach ein Selbstzweck, es bekommt eine Eigendynamik und man hängt an diesem Leiden dran, das ursprünglich für die eigene Stärke und Stärkung stand, aber dann eben wurde zu einem Ersatz, an dem man hängt. Und man kann da durchaus denken an das Beispiel der Anorexie, viele haben ja schon beschrieben, dass es dabei weniger darum geht, ideal auszusehen, wie man das auf irgendwelchen Fotos im Internet gesehen hat, sondern mehr darum, in einer Welt, in der man sich sehr, sehr machtlos fühlt, auch in einer sozialen Umgebung, in der man sich sehr machtlos fühlt, einen Ort zu finden, wo man so eine Art Stärke aufbauen kann, wo man also Gewalt über sich selbst dann in dem Fall ausüben kann und Macht empfinden. Und tatsächlich klappt das ja. Jeder, der schon mal eine längere Zeit auf Nahrung verzichtet hat, kann schnell mitfühlen, wie mächtig man sich empfindet, wenn man das nicht mehr muss, wenn man diesen Drang zwar verspürt, aber wenn man sich davon unabhängig erfährt und auch wie ekelhaft teilweise diese Nahrung plötzlich wirkt. Und auch die anderen Menschen, die diesem Bedürfnis untertan sind, die dann einfach blind dieses Zeug in sich hineinfressen und auch hineinfressen müssen, während man selbst jungfräulich rein und auch mit so einer gewissen Herrschaft über sich selbst bleiben kann. Das Problem also der enkratitischen Askese ist, dass man Masochist wird. Es bedeutet, dass das, was eigentlich ein Zeichen war für die eigene Stärkung, der stellvertretende das Symbol wird, an dem er sich aufhängt, das aber gar kein wirklich sicherer Beweis dafür mehr ist, dass man so eine Art von Stärke gewinnt, sondern dass man eigentlich eher Opfer einer Eigendynamik geworden ist. Und eine letzte Schwierigkeit, die daraus resultiert, ist natürlich, dass man sich selbst durchaus kaputt macht. Die vierte Gestalt des Asketen ist das, was man den Selbstoptimierer nennen kann. Der Selbstoptimierer hat eigentlich sich selbst als sein Projekt vorgenommen. Er versucht, jeden Tag sich zu verbessern in verschiedenen Aspekten, versucht jeden Tag besser zu sein, als er an dem Tag vorher gewesen ist. Er kompetitiert eigentlich die ganze Zeit mit sich selbst, mit seinem früheren Ich, das er zu übertrümpfen versucht. Er versucht, in unterschiedlichsten Aspekten seines Lebens auf eine Art Leiter nach oben zu steigen und immer irgendwie besser zu werden. Im Amerikanischen hat das Self-Improvement auch zurzeit große Konjunktur. Das beinhaltet, dass man mit sich selbst in eine Art Konkurrenzverhältnis tritt, dass man versucht, das meiste aus sich herauszuholen. Und die Selbstoptimierung ist daher auch ein etwas fehlleitendes Wort, weil es suggeriert, dass man da so versucht, einen perfekten Endzustand zu erreichen. Aber der Kern der Selbstoptimierung, des Self-Improvement, besteht gerade darin, dass man eben so einen Endzustand gar nicht erreichen kann oder möchte, sondern dass man sich in so einer ständigen Tretmühle oder so einem ständigen Kreis eigentlich gegen sich selbst befindet. Die Annahme auch von so einer Art Lebensfähigkeit insgesamt, die sich zwar in unterschiedliche Bereiche aufteilt, die aber dennoch so eine Art von Coaching-Mentalität beinhaltet. Ich bin besser als du im Leben insgesamt und ich bringe jetzt den Leuten bei, wie das alles geht, wie man mit anderen Menschen spricht, wie man im Job erfolgreich ist, wie man mehr Geld macht, wie man seine Familie organisiert. Und Max Weber hat das ja schon ganz gut beschrieben als der Geist des Kapitalismus, der wohl aus dem Kalvinismus hervorgeht. Das ist so eine Art verquerer Prädestinationslehre, die eigentlich daran bestand, dass Gott ja schon entschieden hat, wer alles in das Himmelreich kommen wird, 144.000 an der Zahl. Und man könne eben schon an dem Erfolg im Diesseits erkennen, wer denn dazugehöre. Und statt dass das dazu geführt hat, dass die Leute halt dann in Resignation aufgehen, haben die Anhänger dieser Religion eher das als ein Ansporn betrachtet, um eben im Diesseits schon zu beweisen, dass sie die Günstlinge Gottes sind. Das hat zu einer sehr strengen Selbstdisziplinierung geführt, zu sehr, sehr viel Arbeit, sehr viel Fleiß, sehr viel Hochschätzung der Arbeit insgesamt, zu einer anderen Betrachtung von Zeit, als etwas, das zu nutzen sei, aus dem etwas zu machen sei, etwas, das natürlich auch durch seine Begrenztheit beängstigt, und dann eine große Hochschätzung auch des Rationalen, des instrumentellen Vorgehens, das Bearbeiten und Beackern der Welt, um eben die eigenen Ziele zu verwirklichen. Die Welt, das heißt das Diesseits in dem Kontext, dann als einen Ort der Bewährung zu sehen, wo man immer besser werden kann. Alles ist eine Art von Herausforderung, die einem die Chance gibt, in gewissen Bereichen sich zu verbessern, sich zu optimieren. Ja, jeder, der schon mal Projekte in der Arbeit verwirklicht hat, der weiß, dass für die Verbesserung Kennzahlen notwendig sind. Das ist dann in dem Kontext eine wichtige Voraussetzung, dass man sich selbst beobachtet und das Ganze auch quantifizierbar macht. Also wie viel habe ich letzte Woche geschafft, wie effizient bin ich gewesen, wie viel kann ich in dieser Woche schaffen? Max Weber hat in dieser innerweltlichen Askese eben den Geist des Kapitalismus gesehen, das bedeutet ja der Funktionsmechanismus unserer heutigen Gesellschaften, vor allem was den ökonomischen Aspekt angeht. Die Selbstoptimierung ist auch ein Sich-Anpassen, Sich-Disziplinieren für die Anforderungen der Gesellschaft, für all das, was man leisten muss, wo man gut darin sein kann und für was man dann Anerkennung und Applaus bekommt. Selbstoptimierung kann man fast mit Selbstfürsorge oder Selbstliebe verwechseln. Es bedeutet doch eine Art, möglichst viel Aussicht zu machen, auch eine Diesseits-Bejahung in gewisser Weise. Und es geht natürlich einher mit einem durchaus kämpferischen Zugehen auf die Welt. Man kann etwas aus sich machen, die Welt als ein Spielfeld begreifen mit unterschiedlichsten Herausforderungen, durch die man dann lernen kann, ein möglichst guter Spieler zu werden und möglichst erfolgreich in dem Spiel, das die Gesellschaft eben angesetzt hat. Das kann auch bedeuten, sich in der Welt seinen Platz zu erobern, die Dinge zu erreichen, die man eben haben will. Sie mögen diese Ziele auch irgendwie willkürlich sein und dann ihren Wert verlieren, sobald man sie erstmal erreicht hat. Aber sie haben ihren Zweck erfüllt, indem sie einen eben angetrieben haben, sich möglichst selbst zu optimieren, also Askese zu betreiben und stark zu werden. Man blickt dann hinunter auf all die Leute, die es irgendwie nicht geschafft haben, diese Loser, die irgendwie das Spiel nicht begriffen haben, die nicht verstehen, worauf es im Leben eigentlich ankommt, die irgendwie diese Muster nicht kapiert haben, nach denen doch alles funktioniert. Hätten sie einfach ein bisschen mehr Bücher gelesen, hätten sie einfach ein paar mehr Ratgeber konsumiert, hätten sie sich einen guten Coach gekauft, dann würde es ihnen viel besser gehen. Und so steigt man dann selbstoptimierend immer weiter und weiter auf den Stufen nach oben, bewegt sich nicht nur auf so einer Gesellschaftsleiter nach oben, sondern man wird auch immer besser in allen möglichen Bereichen. Zumindest ist das so die Idee, das Optimum, das, was man doch erhofft, dabei zu erreichen. Was ist jetzt das große Problem des Selbstoptimierers? Vorgeworfen wird der Selbstoptimierungswelle, auch in der heutigen Zeit, vor allem aus dem intellektuellen Milieu, dass der Selbstoptimierer ja letztlich gar nicht seine eigenen Ziele verfolgt, dass er auch gar keinen eigenen Charakter haben kann, sondern dass er einfach nur eine ziemlich willenlose Maschine und ein Werkzeug, das Kapitalismus und der Gesellschaft ist, die ihm seine Wünsche, seine Bedürfnisse vorgibt, zu denen er sie zu hinterfragen gar nicht die Möglichkeit hat. Dieser Vorwurf ist ein bisschen schwierig, denn man geht da doch davon aus und suggeriert, dass diese Gesellschaft eigentlich recht böse Intentionen hat und dass sie uns dazu bringen möchte, eben ihre Zwecke zu vollführen und dass wir eigentlich selbst bestimmen sollten, wo es lang geht. Das ist in Teilen sicherlich auch richtig, aber eben nur in Teilen ganz so schwarz und weiß ist es eben nicht. Die Gesellschaft ist auch ein sehr wichtiges, positives Korrektiv. Sie kann uns von unseren eigenen geistigen Krankheiten hin zur Normalität heilen. Die Normalität ist nicht immer nur schlecht oder böse, sie ist auch ein großer Retter in manchen Situationen. Auch die ökonomischen Interessen sind nicht nur gerechtfertigt in gewissen Grade, sondern sie bieten im Einzelnen auch ein Spielfeld sozusagen, auf dem man sich austoben kann. Und sie haben den Vorteil, dass ihre Interessen eigentlich nicht unbedingt bis in die innersten Tiefen der Psyche hineinragen. Da gibt es eine gewisse Grenze des Erkenntnisinteresses, mit welchem Reflexionsgrad etwa der Einzelne diese Selbstoptimierung betreibt, ist der Gesellschaft insoweit, und soweit man das abstrahieren kann, auch relativ egal. Das heißt, da hat man auch ein Grad von Privatheit, von Innerlichkeit, die davon nicht angegriffen wird. Ein anderer Vorwurf wäre sicherlich der, dass da auf eine Lebensfähigkeit abstrahiert wird, eine Abstraktion, die eben nicht gerechtfertigt ist. Es ist nicht unbedingt so, dass wir insgesamt gut sind im Leben oder insgesamt schlecht sind im Leben, sondern es gibt da eine ganze Reihe von Fähigkeiten. In manchen sind wir meistens etwas schlechter, in anderen halt dann eben besser. Sehr große Leistungen sind vollbracht worden von Leuten, die in anderen ganz normalen Gebieten, wie zum Beispiel im Handwerk oder im Sozialleben, äußerst ungeschickt waren. Das bedeutet nicht, dass sie insgesamt lebensunwert oder irgendwie unterentwickelt gewesen wären, sondern es bedeutet einfach, dass das Leben recht komplex ist, dass unsere Kompetenzen oder Fähigkeiten weit verstreut liegen und dass wir auch unsere Eigentümlichkeit, unsere Ideosynkrasien eher dadurch gewinnen, dass wir bestimmte Dinge auch nicht können und nicht versuchen, sehr viel Zeit zu investieren, um irgendwie in Dingen, die wir eigentlich nicht für sonderlich bedeutend halten, auch noch gut zu werden. Das eigentliche große Problem für die Askese in der Form des Selbstoptimierens besteht eigentlich darin, dass man in einer Art inneren, egozentrischen Hamsterrad gefangen ist. Man hat eigentlich eine Art von Maschine in Gang gesetzt, wo man gegen sich selbst kämpft, wo man sich einen enormen Stress auch produziert, aber vor allem eben eine Eigenwelt, aus der man auch kaum noch herauskommt. Eigentlich ist der Selbstoptimierer immer ein Egoist, immer sehr, sehr egozentrisch orientiert und daraus können eigentlich nur zwei Konsequenzen erfolgen. Entweder es geht über in so einen ganz allgemeinen Narzissmus und es heißt auch eine Befangenheit in einer eigentlich sehr, sehr kleinen Welt, auch wenn sie voller Menschen ist, auch wenn sie voller Informationen nach außen ist. Dennoch ist es eigentlich eine ruinante Situation. Oder aber eben, es geht in die andere Richtung, so wie Thomas Nagel das mal beschrieben hat, in die Richtung der Depression. Natürlich hat Depression je nach Person und nach persönlicher Biografie auch unterschiedliche Voraussetzungen, aber etwas, was doch häufig vorkommt, ist genau diese Angelegenheit, dass man sich selbst für das Zentrum der Welt hält, dass man glaubt, das ganze Dasein würde mit dem eigenen Sein stehen oder fallen. Das führt in eine Art von Selbstzerfleischung. Die fünfte Gestalt der Askese ist der Kietismus oder der Kietist. Im Zentrum der kietistischen Askese steht immer, dass man von einer als überfordernd wahrgenommenen Welt, einer Welt von Unruhe, von Lärm, sei es nun im Inneren auch oder in diesem Äußeren, dass man versucht, von der einen Abstand durch asketische Praktiken zu gewinnen. Sei es, dass man sich als Opfer sieht von seinen eigenen inneren Wünschen, Bedürfnissen oder aber auch eben Opfer von gesellschaftlichen und politischen Zusammenhängen, von Anforderungen, die man bei sich anzukommen wähnt. Also sprich zum Beispiel immer aktuell zu sein, immer zu wissen, was in der Welt los ist, mitdiskutieren zu können und zu allem eine politische Position formulieren zu können. Sprich das ganze Gebiet des Journalismus fällt da hinein. Oder aber auch kulturell auf dem Laufenden zu sein, überhaupt auf der Höhe der Zeit zu sein. Das hat auch einen eskapistischen Moment. Weg wollen davon, weg von diesen Anforderungen, die an einen herangetragen werden, denen man sich vielleicht auch nicht gewachsen glaubt oder nur unter großer Mühe gewachsen sieht. Und dann eine Art von inneren Ort zu finden, zu dem man dann hinkehren kann, eine kleine Heimat, die eben davon unbeeinflusst ist und wo man wieder zu sich finden kann. Diese kreatistische Askese ist auch immer eng verbunden mit der Idee von irgendwas ursprünglichen, reinen, auch einfachen, etwas nicht komplexen, etwas, auf das man dann zurückkommen kann. Es ist auch eine Art von Reduktion, ein Zurückfinden zu dem Wesentlichen, zu dem Eigentlichen, zu dem in sich Ruhenden oder zumindest zu etwas, das in einer geordneten, harmonischen Bewegung vor sich hingeht und nicht in einem wirren Chaos von unüberblickbaren Fakten und Einflüssen zergeht und zerfleddert. Die geistigen Urväter in der europäischen Tradition sind sicherlich die Stoar, die diese Idee der Gemütsruhe, der Asklesia oder Galenotas auch sehr ins Zentrum gerückt hatten ihrer Philosophie. Auch Apartheid, also auch Leidlosigkeit, auch Unberührtheit der eigenen Seele und des eigenen Gefühlszustandes durch die äußeren Ereignisse, da so eine Art von Ruhe hineinzubringen, in der man dann selbst ruhen kann, das ist eine ihrer Grundideen und auch etwas, das eben durch asketische Praktiken erst zu erzeugen, erst anzutrainieren ist. Wer noch mehr zu dem Thema Gelassenheit erfahren möchte, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das könnt ihr euch gerne ansehen. Ich denke, hier oben wird es dann sein, dann kann ich euch das verlinken. Da geht es dann um die verschiedenen Positionen zu dem Thema Gelassenheit in der abendländischen Tradition. Man kann aber auch denken an die Hesychasten in der orthodoxen Kirche, die auch nach so einem inneren Frieden gesucht haben und dafür auch schon so spirituelle, meditative, asketische Praktiken benutzt haben, Konzentration auf den Atem und so weiter, um eben so eine Art von Friede oder Ruhe zu finden. Oder man denke in dem arabischen Raum an die Sufisten, das ist so 8. bis 9. des nachchristliches Jahrhunderts. Dort wird eine asketisch-asketisch interessante Position vertreten, nämlich, dass man nicht, wie jetzt bisher in der Askese üblich, man versucht einfach gegen dieses Begehren, das in einem ist, anzukämpfen, sondern man versucht, dieses Begehren insgesamt auszulöschen, sodass es gar nicht mehr da ist. Also bei den Sufisten geht es darum, weder des Diesseits irgendwie zu begehren oder etwas darin, noch aber auch des Jenseits. Das heißt, man soll sich nicht irgendwie vorstellen, wie viele Jungfrauen oder schöne Dinge man dort dann bekommen wird und wie Gott einen belohnen wird, sondern das ist etwas komplett Irrelevantes. Man sollte versuchen, zu einem Gemütszustand zu kommen, wo Jenseitige genauso wie die Diesseitige Welt eigentlich irrelevant sind. Oder man denke an die Kartäuser, die eben in den Karthausen gehaust haben, die nur an Sonn- und Feiertagen miteinander geredet haben und ansonsten sehr viel geschwiegen. Oder an die Inklusen, die sich haben einmauern lassen. Das sind natürlich sehr, sehr extreme Formen von Askese, von wirklich Rückzug in wirklich sehr, sehr ruhige Räume. Er wurde allerdings auch begütert mit sehr viel Anerkennung von Seiten der Gläubigen. Oder emblematisch könnte wirklich stehen, Simeon Hostelites, also der Säulenheilige Simeon, wie viele andere Säulenheilige, einer, der dann eben dort hauste und dennoch dem Fluch unterlegen ist, dass dann viele zu ihm kamen, viele Gläubige, die ihn um Rat fragen wollten, die erhofft hatten, dass er dann irgendwelche Weisheiten von sich gibt. Und so war er da gewissermaßen auch etwas gefangen auf seiner Säule. Daher also wirklich eine ganz gute Symbolfigur für diese Form von kietistischer Askese. Aber auch viele Reformbewegungen in der katholischen Kirche hatten dieses Zurückgehen zu einem Ursprünglichen, zu einer Einfachheit zum Ziel. Also wie die Kliniazienser oder die Zisterzienser, die erwähnten, dass die katholische Kirche zu komplex geworden wäre, vor allem durch ihre Verbindung einfach mit der weltlichen Macht. Und in der Neuzeit haben wir dann noch Arthur Schopenhauer als einen Asketen, einen kietistischen Asketen. Sicherlich nicht in der Praxis als Mensch jetzt, aber in seiner Theorie durchaus. Und dort ist die Negation des Willens tatsächlich die entscheidende Voraussetzung, um Schönheit wahrzunehmen. Ästhetische Kontemplation ist immer eine Verneinung des Lebenwollens selbst. Was aber ist das große Problem an der kietistischen Askese? Dieser Zug des Eskapistischen, den ich schon genannt hatte, der spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Eigentlich wird damit eine innere Seelenhaltung sozusagen sedimentiert oder zementiert, die von Angst und Erschöpfung geprägt ist. Und das wäre der günstigere Weg, an der Stelle zu fragen, was denn eigentlich diese Angst und diese Erschöpfung ausmacht. Normalerweise sind das irgendwelche Ideen davon, was eingefordert wird, die man hat, die letztlich dazu führen, dass man den Eindruck bekommt und auch Angst bekommt, dass man dem Ganzen nicht gewachsen sein könnte. Man entäußert sich dadurch aber der Möglichkeit, bestimmten Herausforderungen mit der Zeitebene zu wachsen und auch in einer komplexen Welt zurechtzukommen, ohne sich von ihr übermäßig gefährdet zu sehen. Die kietistische Askese führt also zu einem inneren Ort der Ruhe, der aber doch immer ständig bedroht bleibt. Und diese Bedrohung wird auf jeden Fall auch immer fühlbar bleiben im Hintergrund. Eine Bedrohung, die man nur dann eigentlich besiegen kann, wenn man die Ruhe hinausträgt in die Welt, indem man einfach besser sortiert, was einen angeht und was nicht. Ja, jetzt habt ihr die fünf großen Gestalten der Askese in der philosophischen Geistesgeschichte des Abendlandes kennengelernt. Ich hoffe, ich konnte euch damit einigermaßen unterhalten und auch etwas informieren. Es ist sicherlich heutzutage eine Zeit der Askese aus unterschiedlichen Gründen, also von freiwilligem Verzicht, von Training, von Übung, von Athletik oder Akrobatik, würde Slaughter Dyck sogar sagen. Das hat unterschiedliche Gründe. Hauptsächlich ist es so wegen einer großen Bandbreite an Konsummöglichkeiten und auch Konsumanregungen. Natürlich haben wir auch gesellschaftlich oder ökonomisch gezüchtete Bedürfnisse, über deren Existenz und Kraft wir nicht ganz frei entscheiden. Und das ist auch das Interesse der Wirtschaft. Wir sind also immer bedroht davon hineinzufallen in so einen Strom von Konsum. Und sei es nur dann einer, der sich eben im Supermarkt alles kauft, was ihm gut gefällt. Daher ist insgesamt unser Lebensglück, genauso wie die Anerkennung auch von anderen, häufig durchaus abhängig von unseren sozusagen Askese-Kompetenzen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch einigermaßen gefallen. Mich würde auch gerne interessieren, das könnt ihr in die Kommentare schreiben, für was ihr bereit wärt, ein asketisches Leben zu beginnen. Und ansonsten sehen wir uns dann in allen der nächsten Videos wieder. Ciao. 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 Untertitelung. BR 2018